Du bist dran. Äh, ist sie im Haus, oder? Nein, am PC, äh, am Fernsehen. Bist du blöd? Äh, was laberst du? Ich dachte, wir wechseln uns ab. Ja, du liest es jetzt einfach ganz, okay? Ne, ich liest nicht alles vor. Wieso nicht? Weil das voll viel ist. Du brauchst gut Englisch. Ich kann kein Englisch. Äh, doch, du kannst voll gut. Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt liest das ja vor. Wo sind wir? Ich bin im Haus mit dir. Ich bin doch schon viel, viel weiter. Okay, egal. Ich lese das nicht vor. Sorry. Ihr könnt ja stoppen. Bitte, genau. So. Ich bin jetzt aus dem Haus und besuche, glaube ich, meine Nachbarin. Warte, bleib. Was denn? Wo soll ich bleiben? Ja, dann treffen wir uns. Ach ja, stimmt. Ja, ja, wir treffen uns gleich mal eben vor der Tür, ja? Wir müssen auch mal gucken, in welchem Channel du bist. Bist du vor der Tür? Wir können das machen. Ich attraktiv mal als Freund. Schreib mir im Teamstick mal, wie du heißt. Professor Kamito, also P-R-O-F. Kamito. Ne, schreibst du mir das jetzt. Nein. Sonst, sonst schließt die Aufnahme. Ach so. Ach so, hast du einen bekommen? Ja, perfekt. So, aufwärts. Bist du bei mir schon oder nicht? Okay, warte. Oh, nee, wir brauchen zuerst, ähm, Geld, damit wir ein Team gründen können. Schade. Ja, ähm, Settings, wo war das mit dem Channel? Das war, oder war das? Das war Back, das war Trainer. Community. Ähm, kannst du mir sagen, in welchem Channel du bist? Ähm. Das ist diese Karte neben dem, nee, das ist diese Sanftglocke da unten. In der Liste. Was ist das? Diese Sanftglocke, diese Glocke da. Ne, Locke? Ja, Community-Glocke da. Unten rechts in der Leiste. Ja? Nehmen den Pokédex. Ja. Ja, und da steht Change Channel. Sag mir mal, in welchem du bist. Wo sehe ich das? Oh, mein Gott, ich erst lasse sie doch. Unten rechts hast du eine Leiste. Ich bin darauf, dass ihr erstellt Change Channel weg. Channel 3. Okay, dann gehe ich auch in Channel 3. Change. So, ich bin jetzt. Da? Wo bist du jetzt genau? Ne, oben im Haus. Äh, bei ihr oder bei dir? Bei, ähm. Ich glaube, bei ihr. Okay. So, hast du diese dumme Uhr anschauen? Achso, ja, dann bist du doch in einem anderen. Also bei dir. Oh, Maike kommt schon. Okay. So, das ist Maike. Das ist unsere Rivalen. Ich habe sie mal Maike genannt, weil sie so auch in der TV-Serie heißt. Wie gesagt, unten rechts, ähm, ist die Leiste. Da sieht man halt, ähm, zum Beispiel kann man im Gift Shop nützliche Items kaufen, die aber auch echtes Geld kosten. Dann eine Tasche, dann der Trailer Pass, der sieht so aus. Und, ja, und der Pokédex halt, der sieht so halt aus. Ja, warte, wie hast du das? Was? Hm? Ja, du hast das Problem gelöst, dass du... Mit dem Chattel hast? Ja. Ja, ich habe das Deutsch-Dingsbums rausgenommen. Was ist das raus? Ja, bist du immer noch hier oben? Ja. Ja, da bist du. Oh, hallo, Frau Schnatter. Hallo. Wir haben die gleichen T-Shirts. Nur in einer anderen Farbe. Bist du fertig? Nein. Was denn? Ich steck fest, Alter, ich hasse das. Hey, wieso steckst du denn fest? Ja, bei mir wird nichts angezeigt, was sie sagen. Ja, das meinte ich doch mit dem Bug, den ich hatte. Ja, irgendwie hast du ihn gelöst, hab ich doch gefragt. Ja, ähm, du hast ja im Chat wieder diese Flagge, ne? Ja. Da nimmst du einfach bei Client Language, ähm, Englisch. Und dann loggst du dich neu ein. Neu einloggen? Englisch. Genau, muss ich mir das neu einloggen, oder? Ja. Falls du rauskommst, sonst musst du den PC abstürzen lassen. Okay, hast du geschafft. Ja. Oh, das ist ja mal eine tröde Folge. Oh, ganz toll. Ja, ich warte hier, ne? Mhm. Und laufe im Kreis herum. So, hier oben, da kann man zum Beispiel sein Fahrrad rein tun, damit man halt schnell Zugriff darauf hat. Hier sieht man links oben sieht man, wo man sich gerade befindet. Hier heißt das ist, wie viele Leute haben. Wurzelheim. Auf welchen Channel bist du jetzt? Jetzt bin ich im Channel und ich bin im Channel 1. stelle 1 ist aber immer so voll können wir vier gehen ich bin in vier ich mache ja und da kommt sind channel 4 oder ich komme einfach in 1 wir können ja immer wieder wechseln ich muss jetzt 100 sekunden warten bis ich in stelle 1 kann ich da vier kommen ja da wisse hallo so hasse ich kann sie wieder alles lesen wo die hier den trank nur von deinem pc was so gibt es nicht okay tolle musik so jetzt geht sie hier bestimmt die sie hier ist alles schön durch da kannst du es auch gleich vorlesen so wenn man auf den typen hier rechtsklick macht dann öffnet sich hier eine liste mit flüstern tauschen und so weiter halt so dann gehen wir mal zu meike hallo kommst du langen so jetzt gehen wir hoch oder redest erst mal mit der da habe ich ja gerade schon gemacht weil ich dachte er wäre schon ein bisschen weiter als ich aber war wohl nicht so ne so hier ist der meike auch ein schönes bett muss sagen die grafik ist für die auflösung ganz gut so ich gehe mal wieder runter und gehe schon mal raus so jetzt helfen wir jemanden oh gott ich werde nicht erzählen wer dieses kleine mädchen hier schreit um hilfe weil sie da stimmen hört und da ist ja professor bierk verletzigen zick zack so wir haben uns entschieden dass wir beide andere pokémon nehmen und ja ich weiß immer noch nicht welches klausch jetzt nimmt flausch okay ich warte einfach hier den beutel dann an klicken dann bekommt man hier eine auswahl welches man gerne hätte so wäre gek abor krik wäre flemmi mutkip wäre hydropi schluss krik ach man du kannst schon laufen was kannst du schon laufen nein ok welches nimmst du ich hasse diesen check kann man den ausstellen Du kannst ihn einfach woanders hinschieben. Wieso hast du den? Ich schreibe aus Versehen immer irgendwelche Sachen. Ja. Sag doch mal, ich glaube, ich nehme Flemme. Okay. Welches ist das? Das Feuerpokémon, dieses Küken. Ja, das weiß ich. Achso, Torsik. Torkik oder so. Okay. Achso, ja, es ist. Oh, der erste Kampf gegen einen Zickzack. 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 So, ich habe mir das Jopi genommen, weil ich Zympax liebe. Ja. So. So, wir retten hier mal den Professor. Frag mich die ganze Zeit, wieso ich meine Hand bei der Maus habe. Wo man die Maus hier gar nicht braucht. So. Wun. So, er belohnt mich jetzt. Indem ich sein Pokémon behalten darf. Ja. Bla, 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 bla. Ja. Dankeschön für das Pokémon. Danke, danke, Professor. So, jetzt bekommen wir die Schuhe. Doch nicht. Ja, okay. So. Ich würde sagen, das reicht dann für diese Folge. Bars, ich will noch kommen. Okay, na, komm noch. Ich, ja. Okay, stellen wir uns hier vor. So, in der nächsten Folge werden wir diesen Wald da durchstreiten. Hey, tschüss. Was machst du? Hey, ne. Das ist schon der Schatz. Okay. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Bis dann. Ciao.